Hallo Freunde! Bist du auch von den Dingen um dich herum gelangweilt? Möchtest du immer eine konstant gute Laune haben? Heute haben wir für dich eine Auswahl aus coolen Gadgets vorbereitet, an denen du dich jeden Tag erfreuen wirst, wenn du sie benutzt. Wie üblich findest du alle Links in der Beschreibung unter dem Video. Beginnen wir mit diesem coolen Thermobecher in Form eines Kameraobjektivs, das auch von alleine Zucker mit in den Kaffee einrühren kann. Packe die Batterien hinein, fülle Wasser und Kaffee hinzu und drücke den Knopf. Damit du dein Getränk nicht verschüttest, kannst du den Becher mit dem Deckel verschließen. Wir denken, dass das ein sehr cooles Geschenk für Fotografen ist. Hast du einen hypernervösen Freund? Hier ist ein Stift, den du jemandem geben kannst, der gerne immer wieder auf Schule oder Arbeit auf dem Stift herumklickt. Jedes Klick wird von einem Elektroschock begleitet. Keine Angst, es ist nicht gesundheitsschädlich für die Zielperson, aber es wird dir die nervige Angewohnheit abgewöhnen. Und wenn du mit dem Stift schreiben möchtest, drehst du einfach die Spitze ab. Diese wasserdichte Bauchtasche wird auf der Straße definitiv Aufmerksamkeit erregen. Sie sieht exakt wie ein Bauch aus, der unter einem T-Shirt herausguckt. Du kannst Geld, ein Smartphone und andere kleine Gegenstände hineinpacken, sodass du sie also nicht in den Händen tragen musst. Dank des flexiblen Gürtels kannst du die Tasche sowohl an dünnen wie auch an kräftigeren Körpern befestigen. Für diejenigen unter euch, die zum Runterkommen immer etwas mit den Händen tun müssen, ist dieser geniale Fidget Cube gut geeignet. Es ist ein Plastikwürfel mit mehreren Joysticks, Knöpfen, Schaltern und Rädern, damit deine Hände immer etwas zu tun haben. Der Würfel, den wir für dich entdeckt haben, besteht aus hochwertigen Materialien und lässt sich angenehm berühren, sodass du ihn gar nicht mehr aus der Hand nehmen willst. Das nächste Gadget ist nicht unbedingt cool, aber dafür unheimlich süß und niedlich. Dieser Bär erfreut dich aber nicht nur mit seinem Aussehen, sondern er spielt auch deine Lieblingsmusik. Ja, es ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Der Bär hat Knöpfe zur Steuerung der einzelnen Titel und einen Slot für eine Speicherkarte, wenn du den Lautsprecher getrennt vom Smartphone benutzen willst. Übrigens besteht der Bär zu 80% aus Baumwolle, ist also auch ein tolles Geschenk für ein Kind. Ein weiterer Bluetooth-Lautsprecher in ungewöhnlicher Form ist dieser Fidget Spinner. Ja, du kannst die drehen und er spielt Musik ab. Dabei blinkt er in unterschiedlichen Farben. Wie du dir sicher schon gedacht hast, wird die Musik per Bluetooth abgespielt und der Spinner per USB aufgeladen. Diese Baumwollsocken mit unterschiedlichen Texten zum Thema, wenn du dies lesen kannst, sind sehr lustig. Wenn du solche Socken trägst, wirst du nicht überrascht sein, wenn du plötzlich ein kaltes Bier, Wein oder sogar einen Schokoriegel findest, wenn du aufwachst. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht. Lass uns über Wein reden. Wenn du den Alkoholkonsum von jemandem einschränken möchtest, dann achte jetzt auf diesen Verschluss mit eingebautem Zahlenschloss. Er ist geeignet für Flaschen mit einem Durchmesser von 26 bis 28 Millimeter. Um eine Kombination zu setzen, drücke den Stopper, halte den Knopf gedrückt und setze eine beliebige Kombination aus drei Ziffern. Glaubst du, dass das hilft, um Alkoholkonsum einzuschränken? Damit du nicht traurig bist, weil dir das vorherige Produkt den Wein madig macht, haben wir hier einen Kopfkissenbezug mit Emojis. Ja, es gibt zwei Smileys auf einer Seite. Um das zweite Emoji zu sehen, zieh einfach mit der flachen Hand über das Kissen. Der Bezug hat einen Reißverschluss, sodass das Kissen beim Schlafen gut fixiert wird. Du stimmst uns sicherlich zu, dass dies ein ungewöhnliches, aber sehr witziges Item ist, oder? Wir beenden unsere heutige Auswahl mit einem neuen Zuhause für deine Münzen. Sparschweine werden schon seit langer Zeit verkauft, aber wir glauben, dass es welche gibt, die du zum ersten Mal siehst. Sie sieht aus wie eine gewöhnliche kleine Kiste, aber wenn du eine Münze hineinwirfst, öffnet sich der Deckel und ein Panda nimmt die Münze an sich. Um den Inhalt zu entnehmen, musst du nur den Deckel abschrauben. Übrigens gibt es ein identisches Sparschwein mit einer Katze. Oder hier eine kleine Schnauze, die die Münzen frisst und dich mit ihren Glasaugen ansieht. Natürlich gibt es mehrere Farben zur Auswahl. Schreibe in die Kommentare, welche der heutigen Gadgets du am besten findest und was du niemals kaufen würdest. Bis bald!